Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Fear in Hospital. Das heißt also Angst im Krankenhaus. Oder Fuhre ich im Krankenhaus. Auf jeden Fall. Wir sind hier. Also erstmal herzlich Willkommen. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wir sind hier in einem Krankenhaus. Und es wird dir sehr viel Horror geben. Aber fangen wir mal an. Was ist das denn? A1 Skelett? She make look clean, but... Danke. You can't beat the axis if you get beat. Okay, schön. Schöne Sprüche. Science. Erstmal paar Screenshots hier. Schön. Also. Dann. Wir sind jetzt hier. Meine Taschenlampe geht jetzt schon fast außer hier. Ich glaub wir sollten mal loslegen. Also. Wir haben hier einen Zettel liegen. Mal durchlesen. Du wachst in einen Doktorraum auf. Warte. Kann das bitte aufwarten? Warte. 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 das passiert so dann schon mal nah hier haben wir blut an der wand hier stimmt was nicht waspapier makes containers for blood plasma so kommen wir mal hier ist auch kein licht mehr an also hier was aha wo ist er denn im ist doch das radio wir können keine anderen batterien nehmen warum auch immer was ist denn hier da gehen wir mal raus aus dem haus ich sehe schon wir sind hier bei der eingangshalle ja die lampe geht sehr gut ich merke schon und kann ich keine batterien nehmen auch batterien aha jetzt verstehe jetzt habe ich raus so der fahrstuhl da geht nix mehr möchte nicht vom bett erschlagen werden deswegen gehe ich hier entlang ich wusste es ich habe mich jetzt erschlagen noch mehr batterie ein schlüssel ok mal batterien alle alle fälle na dann irgendwas passt hier nicht irgendwas passt hier überhaupt nicht aha wir haben noch einen schlüssel so die tür hinter sich schließen autosave hm das sagt mir ja schon viel warum so viele batterien hm ich sehe schon worauf das hinausläuft ja es gibt nur einen gang oh oh doktor warte ich bin der doktor bleiben sie in ihrer zelle nein sie sind doch sie sind krank bleiben sie hier aha den lassen wir da drin ja es sind kranken also keine psychiatrie was denn hier los wir sind alle verrückt geworden meine güte die lassen aber auch nicht mit sich reden junge das kannst du nicht bringen was ist wenn ich mich in die mitte stelle einfach nur aus ist grün ich belasse es einfach aha verstehe verstehe gut ich wäre auch verrückt wenn das hier meine güte nicht sauber gut dann machen wir mal die tür wieder zu auch privatsphäre witzig ist doch jemand reingerannt hat sich eingeteert meine güte oh batterie eine batterie zum mitnehmen das radio geht nicht aber noch nicht nun gut hallo ist was ist ja noch jemand ja alles eine popmaché hier alles eine popmaché ist ja noch eins machen wir auf hier ah kein popmaché autosave sagt ja viel ne nicht mit mir ich dodge aha 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 ein kloß zu oh gut wenn das so ist batterien nehme ich immer mach mal platz hier so spülen so es geht weiter in unserem krankhaus kann ich nicht öffnen hallo den aussatz hätten die mord begangen ja wahrscheinlich gut ich weiß noch nicht ganz was das ziel ist es gibt aber ein ziel ich hoffe in die toilette reinzuschauen das hat eine kleine gefahr alles da hat sich jemand gedacht ja die spülung geht nicht rein damit einfach rein mit ins klo ja mitten ins klo schön da freut sich doch jemand hast du schon mal eine spülung im klo hast du schon mal eine spülung im klo das macht doch spaß so aber es sind genügend batterien da muss ich sagen dieser schrank das ist es dieses schöne holz mittendrin und da gerade eben noch so ein richtig verranster schrank ist das schön da nix drin aha ein schlüssel schön eine lampe oh die geht sogar so hier haben wir einen tisch der ist diese kommode ne die hat den glanz die ist noch einwandfrei ei 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 durch die tür hindurch wäre es doch wenigstens anders gewesen irgendwas stimmt dir nicht dir brennt gerade eine sicherung durch aha voll der keller ob wir die es nicht mehr hier ist noch die sicherung durch Ah, was du wirst? Help the patient, he's still be safe! Eh... Schön, ein Rätsel, oder? Oh! Dann renn wir rein! Da! Abbrechen! Ich kann's nicht abbrechen! Gut! Kommen wir nochmal nach! Jus! Gut! Schön! Kann aber nix klicken! Jus! 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 Da kann nix mehr gerettet werden! Es ist kein Leben mehr! Ich kann's nicht abschalten! Tut mir leid! Du musst ohne weitermachen! Abmachee! So! Eine Machee! Abmachee! Ja, überall hier! Wer tasert denn hier so viel? Auch nicht auf! Gut! Dann gehen wir eben hier durch den einzigen Weg! Hallo! Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Was ist denn da in deiner Hand? Ah ne! Ist aber nur schwer verletzt! Tut mir leid! Ich bin dagegen gekommen! Guter! Bleib ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Junge! Was wollt ihr denn alle von mir? Tür ist zu! Ja perfekt! Tür ist zu! Hab ich eh nicht gemocht! Halt klar! Prevent disease! Mhm! Verstehe! So ein Taschlampe wird schwächer! So! Prevent disease! Careless! Careless! Couching! Sneezing! Spread Influencer! And Zypicalosis! Ich verstehe! Schöne Werbung! Äh! Geh aus dem Weg! Schön! Ich muss noch dorthin sein! Sprinten geht nicht! Okay! Mhm! Ja! Darf man hier nicht rein oder was? Gut! Ich denke mir anderes! Ich bin ja noch nicht dort! Aha! Ein Schacht! Alles klar! Was denn jetzt passiert? Fahren wir hier schon! Ja! Das ist ein anderer Weg hier rein! Ich verstehe! Hallo! Ich möchte hoch! Geht nicht! Wer will nicht! Wer will nicht! Wer will nicht! Warum hab ich jetzt den Weg eigentlich genommen? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich glaube ich werde es gleich sehen! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich bin ja schon! Ich bin ja schon! Ich bin ja schon! ... in den anderen Flügel des Krankenhauses hing. Aber er hat dich niemals dort hingehen lassen. Du musst herausfinden, warum. Aha. Aha. Schön. Hm, wahrscheinlich sind da Sachen vor sich, die nicht sein sollten. Ich weiß immer noch nicht, warum ich jetzt den Gang hergenommen hab, aber... Ich hab's gemacht. Dieses Poster! Ist ja super. Aha. Warum kann ich da interagten? Nicht damit, aber hiermit kann ich interagten. Warum weiß ich bloß noch nicht. Ich weiß bloß noch nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Irgendwas bringt's, ich weiß es noch nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Oh, ein Schlüssel im Klo. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ein Schlüssel im Klo. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, einen Spiegel habe ich. Können wir uns nicht leisten. Schön. Kann man nichts drücken. Chesterfield. So. Das letzte, woran du dich erinnern kannst, ist dein Doktor. Als du mit deinem Doktor geredet hast, im Keller, wo Experimente getestet, gemacht wurden. Du musst den Fahrstuhl nutzen, um dorthin zu kommen. Schön, aber dass der Fahrstuhl im Arsch ist. Nein. Was machen wir mit dir? Nein. Holla. Günther, mach Platz. Schön. Weg ist es. Die machen überall. Es hat da nichts Kreuze. Das glaubt man gar nicht. Oh. Jetzt sind wir aber in der Eingangshalle. Wo haben wir denn vorhin? Oder wisst ihr ihn? Da geht nicht auf. Hat jemand den Schlüssel? Da draußen wäre auch mal schön. Oh. Oh. Mit nach draußen wird es nichts, habe ich gehört. Auch abgeschlossen. Ein Schlüssel. Wofür? Wofür? So, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir rennen da rein, grippieren dran, oder wir gehen dran vorbei. Ich habe mich für Möglichkeit Nummer zwei entschieden. Wir gehen dran vorbei. Oh, die geht auf, aber ich möchte noch da drüben schauen, vielleicht gibt es Batterien. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass wir so viel Batterienmangel bekommen, nachdem ich gesehen habe, wie 100 Batterien hier gefühlt rumliegen. Immer wieder. Weg mit dir. Tür ist abgeschlossen. Dann wahrscheinlich durch die Lüftung. Ich habe schon gemerkt, da ist was. Ja gut, hoch kommen wir eh nicht. Das geht leider nicht. Ich will hier noch nicht hin. Ich kürze vielleicht sonst irgendwas ab. Nicht mit mir! Ich tatsche! Alter! Jetzt ist was schief gelaufen! Oh. Die Satanistenkreuze werden größer. Okay. Ich gebe mir Batterien. Das ist aber ganz schön gut abgeteilt, so dass ich immer voll bin. Ja gut, das wollte ich aber jetzt nicht skippen hier. Deswegen bin ich jetzt nicht durch die Lüftungsschacht. Aber man kann skippen, wie ich sehe. Man kann skippen, man kann skippen, wenn man keinen Bock hat. Gut. Ich laufe halt da durch die Wand. Mhm. Ich bin nicht die Kiege öffnen. Mach Platz hier, ich muss durch. Schön, dass sie mich anstarten. Aber die öffnen. Hallo, ist da ein Schlüssel drin? Äh, gut, das sind Leichen. Lager, könnte man sagen. Habe ich irgendwas gemacht? Naja, ich bin durch Satankreuz gelaufen. Das ist schlecht. Niemals durch Satankreuz laufen. Sonst wird's schlimmer. Also bis jetzt müssen wir noch nicht kämpfen oder sonst was. Also bis jetzt geht's noch. So, macht Platz. Ich will hier durch. Ihr seht, glaube ich, genauso wenig wie ich oder noch weniger. Mal sehen, was ich da dann machen lässt, wegen den Sehen. Weil ich selbst sehe verdammt wenig, muss ich sagen. Ich packe mal mehr Batterien rein, dann hält sich das vielleicht auch besser. Was ist das? Wie? 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 Ich möchte mich lieber noch bei mir. Naja, war wohl nix. Nein, satt mit X. Das war wohl nix. So, bitte einmal. Hallo? Eine Tour nach unten. Ähm. Habe ich irgendwas verpasst? Ich möchte nach unten. Hallo. Lassen Sie mich nach unten. Irgendwas fehlt noch. Ich habe irgendwas vergessen. Da ist das. Hier drüben geht nicht hoch. Geht auch nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Lass mich raus! Hier, jump and get triggered. Ne, will nicht. Shadow HM. AMP. Lassen Sie mich runter. Meine Güte. Was kann ich denn machen? Recharge Interact. Schön. Ich würde gerne hiermit interagten. Hab ich denn irgendwas verpasst? Möchtet ihr durch? Hm. Ist ja auch schön. Jetzt, ich glaube, das reicht auch hiermit. Erstmal. Für diese Folge. Meint ihr nicht? Oder ja. Gut. Das war's dann erstmal. Mit der jetzigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst noch eine Beweiterung. Und dann sind wir uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge dann. von vier in-house, bitte. Denn wir müssen das durchmachen, natürlich. Das geht nicht anders. Wir sehen uns. Dann erstmal. Ciao.